Ich bin sehr, sehr stolz, das Rennen gewonnen zu haben, es war wieder einmal sehr hart, aber ich bin sehr stolz auf mich, dass ich den ersten Platz in der Kyrie haben. Ich habe meinen europäischen Championtitel in Kyrie. Ich liebe dieses Jerseys, ich liebe die Stars. Es ist eine Ehre für mich, dieses Jerseys zu tragen. Ich bin sehr, sehr stolz, das Rennen gewonnen zu haben. Es war wieder einmal sehr hart, aber ich konnte von vorne meine Position gut verteidigen und ich bin einfach unglaublich dankbar, wieder Europameisterin im Kyrie zu sein. Das ist nicht selbstverständlich und ich bin sehr stolz auf mich.